Mit Godot 4.4 Development Snapshot 2 erhalten wir Support für typisierte Dictionaries im Editor. Aber was genau heißt das für dich und wie sieht der GDScript und C-Sharp Code dafür aus? Ich bin der Truly Most Wanted und ich erkläre dir diese Änderung in Godot 4.4 in wenigen Minuten. Like und abonniere gerne für weitere Videos und schreibe Fragen und Feedback gerne in die Kommentare. Legen wir los! Was sind eigentlich Dictionaries? Kurz gesagt, Wörterbücher. Zu einem Schlüssel von einem gegebenen Typ Nummer 1 wird ein Wert von einem Typ Nummer 2 zugeordnet. Sie sind also generisch und brauchen immer zwei Types, die man ihnen mitgibt. Ein klassisches Wörterbuch, bei dem Wörtern ihrer Bedeutung zugeordnet sind, wären Dictionaries, wo der Schlüssel ein String ist und auch der Wert ein String. Hier habe ich einmal ein paar verschiedene Beispiele für dich in GDScript. Fangen wir mal an mit dem gerade genannten, ein Dictionary eben mit String als Schlüssel und String als Value. Zum Beispiel eben ein Wörterbuch. Hier können wir eben angeben, was das Wort sein soll und dahinter unsere Bedeutung. Dann haben wir auch hier ein Namensdictionary. Zum Beispiel eben die Namen als String und die Integer, die Anzahl, wie oft diese vorkommen können. Oder ein String Color hier unten. Zu einem Wort wie der Farbe Rot wird das Color Objekt zugeordnet. Oder hier unten haben wir String und Variante. Zu einem gegebenen String wird ein beliebiger Variantenwert zugewiesen. Das kann hierbei ein Bool sein, ein Integer, ein Float, ein String, ein Color, Vektor 2, 3 oder 4 oder auch eine AABB Bounding Box. Oder hier unten auch String zu Node, zu Ressource, Nodes zu Ressourcen, String zu Texturen oder String zu Audio Stream. Der Key kann von einem beliebigen Type sein. Meistens nimmt man hierfür gerne String, eben um es einfach zugänglich zu machen und dahinter jeder beliebige Type eben für den Wert. In C Sharp sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Nur eine wichtige Info vorab. Du brauchst oben unbedingt das Using Godot Collections, damit du C Sharp sagt, wir meinen wirklich die Dictionaries aus Godot und nicht die aus dem klassischen System Collections Generic Namespace. Selbes Schema aber wie vorher. Wir haben ein Dictionary eben mit Schlüsseln und Werten. Hier ist String, String. Sieht sehr ähnlich aus wie in GD Script. Und hier unten drunter haben wir String Integer Zuordnung, eben Namen zur Anzahl. Wir haben String zu Color eben. Das ist dasselbe Schema hier nochmal. Und darunter auch die Variante mit den Godot Variants. Eben ein String vorne, hinten zu einer Variante, was ein Bool, ein Integer, ein Float, ein String, eine Color, ein Vektor oder auch eine Bounding Box oder Arrays oder Listen sein können. Und so auch eben String zu Nodes oder zu Ressourcen oder zu Texturen oder zu Audio Streams oder die Kombi eben aus Node und Ressource. Gibt's alles genauso auch hier in C Sharp. Wenn du C Sharp nutzt, musst du noch in Godot einmal Alt und B drücken oder oben rechts eben das Hammer Symbol, um die DLL neu zu bauen, damit du deine Klassen auch korrekt verwenden kannst. Die große Änderung findet sich jetzt in Godot im Inspektor. Denn wenn du deine Dictionaries genau ansiehst, egal ob die Wörter, ob die String Integer, die String Farben oder auch die String Varianten, dann wirst du jetzt feststellen, dass die konkreten Types alle dargestellt werden können und auch die Felder hier unten zum Eintragen neuer Werte auf diese jeweiligen Typen abgestimmt sind. So willst du jetzt eben mal hier String zur Zahl AS42 hinzufügen. Hier haben wir Farbe Weiß für die Farbe Weiß zum Bearbeiten. Zack, einfügen geht direkt ohne Probleme. Wir hätten hier unten die Möglichkeit eben für die Varianten. Da können wir hier sagen, einfach mal irgendeinen String und dann hier Objekt auswählen. Zum Beispiel nehmen wir mal hier einen weiteren Float und da treiben wir hier ein 3,141 und nochmal rein damit. Das können wir hier genauso adden. Jeder Type, den du jetzt festklickst, kann korrekt dargestellt werden und das macht die Konfiguration im Inspektor doch deutlich leichter und für dich vor allem auch übersichtlicher. Und das ist wirklich ein schönes Quality of Life Feature. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Das war alles, was du über die neuen Dictionaries in Godot 4.4 wissen solltest. Geh gerne in die Videobeschreibung und probiere die Godot Engine 4.4 Development-Tabstatt Nr. 2 aus. Und wenn du schon dort bist, lass auch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video hier da und abonniere den Kanal für weitere Tutorials und weitere Folgen. In den Kommentaren kannst du gerne auch Feedback geben zu diesem Video oder auch weitere Fragen stellen. Ich bin sehr gespannt und sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. You're truly most wanted. Bye bye. Tschüss. Bye bye. Tschüss.